ganz kurz bevor das video losgeht noch quasi ein bisschen werbung in eigener sache und zwar suchen wir noch spieler also leute von euch die bock haben mit uns gemeinsam zu zocken aktiv zu zocken und auch videos natürlich aufzunehmen mehr infos dazu findet ihr im angepinnten kommentar und dann könnt ihr euch gerne hier bei den eingeblendeten discord namen melden und viel spaß euch jetzt mit dem video don't you think we're done mit 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020